Zuckersüß! Kylie Jena fährt ihre kleine Stommi spazieren. Diese Aufnahmen verzücken nicht nur Mami und Papi. Seit vergangenem Februar sind Kylie Jena, 20, und Travis Scott, 25, Eltern. Das gemeinsame Töchterchen Stommi ist der ganze Stolz des jungen Paares und stellt seinen Alltag auf den Kopf. Statt Werbevideos für die eigene Maki, Maka oder Rapsessions im Studio stehen für die Unternehmerin und den Musiker jetzt Spaziergänge mit Baby auf der Tagesordnung und die dürfen sogar ihre Fans miterleben. Auf ihrem Facebook-Profil teilte zwei Bilder von ihrem Ausflug zu dritt. Die Pics zeigen allerdings nur eine Person, eine Schläfrige, der in ihrem gemütlichen Kinderwagen die Äuglein zufallen. Spaziergang mit Mama und Papa, betitelte die 20-Jährige ihre zuckersüßen Beiträge. Während sich die neue Mama mit Schnappschüssen ihrer Tochter nicht zurückhält, gibt es auf Sozial-Media-Kanälen bislang nur ein Foto seiner mit Schnuller zu sehen. Aber auch das Kardashian-Jena Küken ist auf den Akku uns des Rappers nicht vertreten. Seit Beginn ihrer Beziehung halten sich und ihr Schatz mit gemeinsamen Auftritten in der Öffentlichkeit und verliebten Pärchenschoß zurück. Untertitelung des ZDF für funk, 2017